Armin und Grace sind zusammen, die GNTM-Fans feiern es total Am Donnerstag kam es beim großen Finale der diesjährigen Germany's Next Topmodel-Staffel zu einer großen Überraschung, Armin Rausch fragte Grace Zerk, ob sie seine Freundin sein möchte. Nun sind die beiden Kandidaten offiziell ein Paar und die Fans freuen sich total für ihre junge Liebe. Die beiden sind wahnsinnig süß, Armin und Grace, einfach ein Träumchen oder, das war unfassbar süß, ein tolles Paar, lauten nur einige der begeisterten Kommentare unter einem offiziellen Instagram-Beitrag der Casting-Show. Manche Fans gehen sogar noch einen Schritt weiter und dachten, dass Armin seiner Grace vor laufenden Kameras direkt die Frage aller Fragen stelle. Ich dachte einfach, jetzt kommt der Antrag und kurzer Schock, als er leicht nach unten gegangen ist, haha, schreiben unter anderem zwei Follower in der Kommentarspalte. Ein dritter User schließt sich an und schreibt erleichtert, ich hatte schon Angst, dass wieder eine Hochzeit kommt. Am Ende der Show wurden die zwei Gewinner getürt, ja meine Kukukote und Lea Aude dürfen sich über ein sattes Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro freuen. Dabei kann der erste männliche Sieger sein Glück noch gar nicht richtig fassen. Ich hatte keine Gefühle mehr, es war einfach krass. Ich habe es immer noch nicht realisiert. Ich glaube, ich brauche jetzt eine Woche, um das alles aufzuarbeiten, erklärte er im Beisein von Promiflash bei der anschließenden Pressekonferenz. Ich glaube, ich brauche jetzt eine Woche, um das alles aufzuarbeiten, um das alles aufzuarbeiten.